Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Redstone Stern zusammen mit dem Joe. Moin moin. In der letzten Folge bei Joe, ich hoffe ihr habt sie alle angeschaut, hat euch hier so eine Schleuse angefangen. Und wir bauen jetzt mal ein bisschen weiter hier an den Gängen und am Waffenlager. Ja, BB. Erstmal testen wir mal ganz kurz eben hier. Guck mal, welchen Ton soll man hören, wenn man durch das Ding durchgeht? Also wir können eine Glocke nehmen. Wir können das nehmen. Ich nehme das. Den hier? Den Ton? Ja, aber nicht so hoch. Warte. Den Ton tief. Ja, wir nehmen die tiefsten natürlich dann. Ja, ja doch, den tiefsten davon. Finde ich gut. Gut. Then we're gonna do this und fertig. Okay, dann funktioniert das schon. Wenn du möchtest, kannst du mal einfach durch die Schleuse durchgehen und das ausprobieren. Okay. So, wir müssen vom Material her überlegen, wie man die designt. Die Schleuse bin ich noch ganz unschlüssig. Also ist es jetzt schon funktional, oder? Ja, krass. Und die checkt schon den Level von dir. Nice. Mega nice. Ja. Als nächstes muss ich noch bei der... Ein paar Kleinigkeiten gibt's noch zu tun, die noch nicht so schön sind, die noch nicht mega nice sind, aber... Das ist ein Peanuts, das kriegen wir eben. Okay. 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 Gut. Wir könnten das aus dem Material bauen. Ah, nee, sowas. Willst du das Bodenmaterial da auch ändern an der Stelle? Ähm, nö. Nee, ne? Nee, hätte ich jetzt auch gesagt. Das ist jetzt die Frage. Wie gesagt, ich versuche es jetzt noch mal ein bisschen zu mir. Da müsstest du vielleicht auch noch mal ein bisschen deinen Senf dazu tun. Äh. Nö, ich bräuchte mal so eine Deck... Ja, was nehmen wir denn als Deck, damit man das ein bisschen besser einschätzen kann? Auch die gleichen Blöcke, oder? Ja. Können wir an der Stelle nehmen. Wobei, natürlich, wir müssen irgendein Material nehmen, damit man hier nicht drüber springen kann. Ich weiß noch nicht, wie. Na gut, hier... Achso, hier kann man noch drüber springen. Ja, das wird quasi hier eine Art Bogenmaterial einbauen. Nö, ja, erstmal gucken. Irgendwie so in die Richtung vielleicht. Hier ist halt der Kolben zu sehen, sonst... Das ist jetzt Polished Blackstone, genau. Ich glaube, wir müssen ja erstmal nur eine Seite sein, dann reicht das schon mal. Dann geht man hier durch, okay. Ja, das wird's noch... Ich mach mal kurz Detailarbeit. So. So. So vielleicht. Lass es erst mal diese Seite designen. Ich weiß noch nicht, ob ich das so schön finde mit den Treppen hier oder ob man hier nicht ein anderes Material hinsetzt. Die Frage ist, was könnte man da benutzen? An der Stelle wären jetzt Vertical Slaps wieder super, ne? Ja, definitiv. Da würde ich es ihm ja auch wünschen. Hier von den Trapdoors passt eigentlich nix, ne? Ne, leider nein. Muss ein Block sein wahrscheinlich. Ja. Was hätten wir denn da? Ich glaube, wir müssen fast irgendwas in die Richtung von Blackstone nehmen, ne? Sonst passt das da nicht dazu. Das wäre natürlich auch so möglich. Aber ist das irgendwie seltsam? Ich fand es, glaube ich, so ganz gut. Ja, warte. Ich blick gerade, ob man da nicht macht hier. Warte. Schilte macht. Ähm. Schilte macht. So. Zur Sicherheit. So könnte man es auch machen, oder? Ja, wäre eine Idee. Du hast einen Barion da oben gelöst. Verstehe. Ja, genau. Da kann man sich dann nicht durchpacken oder so. Ja. Ich hätte es uns überlegt, statt Bären könnte man vielleicht hier sowas hinsetzen. Ja, klar. Das war jetzt nur erstmal so. Ich bin, wie gesagt, noch nicht hiermit nicht so ganz glücklich. Hm. Dann ist die Frage, ob man die hier nicht dann auch komplett, also muss jetzt nicht der Block sein, aber nicht aufschließend macht bis zum Gitter, weißt du? Wie? Na, hier ist jetzt so ein Luftspalt dazwischen. Also wenn man da schon Gitter hinmacht, dann würde ich da ganze Blöcke oben drauf machen. Also Luftspalt, dachte ich, ist was ganz cool, den zu haben, dass man irgendwie... Aber ja, klar, dann hast du recht. Aber das können wir gleich... Aber wenn man den Luftspalt möchte, dann könnte man es auch so machen. Das wäre besser, glaube ich. Na... Nee, dann fand ich die Barriere... Oder... Ja, weiß nicht. Hm. Schwere Frage. Hm. 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 Welcher Block? Welcher Block kann man denn noch anklicken, der bewegbar ist? Notenblock ist der einzige, der mit einfällt. Ich könnte aber sonst einen anderen nehmen. Ach so, gefällt dir der Notblock nicht? Nö, doch, 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 doch. Aber irgendwie... Ja, das könnte man sonst noch anklicken, ist die Frage. Ja, das ist nicht... Ne, Notenblock, der gefällt mir ja schon ganz gut. Nur ich bin, wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich diesen äußeren Teil hier designt haben möchte. Ich glaube, dass es mit Treppen... oder ob ich... Es ist nicht schön, dass mal die Treppen so sind. Was ist, wenn du es innen so und außen anders machst? Ich könnte aber auch das hier machen. Was meinst du so? Die Frage ist, ist es noch nicht zu groß, die Schleuse? Ja, zu groß glaube ich nicht. Zu groß glaube ich nicht. Wie sieht das aus, wenn wir hier... Wenn man was hier zubaut. So. Ja doch, das geht. Man kommt hier den Gang lang und dann ist hier so diese Kontrollding. Hier läuft kein Licht rein. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Ja. Ich muss auch auf der anderen Seite kurz replizieren, das Design. Aber das lässt sich ja schnell getont. Ja. Ja doch. Wie soll ich das sein? Ja. 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 doch 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 das gefällt ist gut finde ich auch so kleine details halt immer schön sind ich versuche jetzt auch irgendwie zu integrieren ich überlegte ob man irgendwie was noch machen kann zum beispiel was mir als detail auffällt was machen könnte wäre das ja das gefällt mir schon viel besser aber das heißt bis vor die kontrolle bis vor die kontrolle kommt noch grün da wäre jetzt auch das ding wir haben ja hier grau und hier in diesem zwischenbereich grün willst du da dann auch noch mal eine schleuse machen oder wird dann dass die tür hier muss eine schleuse hin okay weil weil die alternative wäre gewesen dass die tür das erledigen lässt die tür ist nur eine tür tür ist nur eine tür okay also man kann da immer durch aber steht dann direkt vor der schleuse quasi okay direkt hier vor der schleuse ja wenn die tür jetzt auch noch das machen müsste das wäre ein bisschen viel bei so schrägen ist natürlich mit word edit nicht nicht so easy ja das gefällt mir sehr gut finde ich auch super dann geht man hier rein und dann hat man hier ja jetzt schön mit das ist eine gute idee jetzt könnte man im prinzip die lampen hier recyceln und direkt hierfür benutzen gute idee ja das ist ganz raffiniert wenn man das so herum löst ja jetzt haben wir halt so ein block große zwischenräume ist das ein problem nein weil wir haben ja hier kein mob spawning oder sowas selbst wenn es beleuchtet ja ich bin survival spieler weißt du ich denke an sowas immer aber ich glaube dass das licht der will diesen räumen ja ja du hast schon recht das ist direkt neben der lampe also das ist schon mutig wenn da ein monster spawnt ein bisschen so ein creeper traut sich das vielleicht das stimmt die sind frech ja das stimmt auch wieder so dann haben wir hier so die wand was soll denn da stehen bei der tür wenn der pass korrekt ist wie stehen durchgang gewährt oder wo soll das stehen bei der tür steht das unten achso ja durchgang gewährt durchgang gewährt oder durchgang genehmigt oder zutritt gewährt oder sowas vielleicht ne durchgang das heißt eine schleuse ja durchgang gewährt ja durchgang gewährt kannst du es jetzt mal ausprobieren wenn du möchtest mhm wenn du mal eben kurz durch die durch gehst gut schauen wir mal ich würde gerne ja der modzt da nicht gerade an der ist mit dem Befehl gerade nicht so glücklich ah ja ich habe vergessen auch speichern zu drücken mein Problem und jetzt siehst du was wenn du durchgehst jetzt sehe ich was okay dann ja ich würde gerne mal hier ins Waffenlager ah ja nice das ist cool wo man könnte ja das ist man könnte theoretisch noch immer den 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 Sektor noch hinschreiben irgendwie Zugang gewährt und dann Security Level 2 Waffensektor oder sowas in die Richtung weißt du was ich meine ja dann würden wir hier wieder so gehen so und da so jetzt hier ein Weg geh mal durch die rechte Tülle mal durch und guck mal was du von dem Text hier hältst mhm Verifikation erfolgreich Durchgang gewährt ja das ist gut das ist sehr gut das ist ein bisschen zu viel Text oder findest du ne ich meine man könnte das Ganze natürlich auch durch ne durch ne Voice Memo ersetzen das könnte man alles noch verbessern aber genau das ist halt so für die Zukunft ne so Verbesserungspotenzial boah ich hab noch ne ich meine kann es mir noch richtig hammerheftig machen hier wär jetzt das alter RGB ja wir machen das noch mal viel viel geiler das würde aber bedeuten dass man quasi eine Sekunde länger warten muss bis sie sich öffnet völlig egal denn ich mach folgendes wir lassen den Pass von einem Server identifizieren in dem Command-Blöcke drinstehen und dann wenn man die Tür andrückt ja dann wird die Tür sich nicht sofort öffnen sondern ähm sondern es wird eine Anfrage gestellt an diesen Server der überprüft welchen Pass du hast und steht auch bei dir unten überprüfe Punkt 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 und dann kommt kurze Zeit später das Ergebnis Pass genehmigt oder Level genehmigt Durchgang gewährt dann erst öffnet sich die Tür und wenn nicht ähm steht da dann nö das ist quasi was hältst du davon das finde ich gut ich bin mir gerade nicht ganz sicher wie das im echten Todesstern nochmal war also auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal mehr Luxus also im echten da haben die so ein so ein so wie es wie so ein ja Kugelschreiber mit Daten und die müssen die dann da dran halten ja ist ja bei uns theoretisch auch so meinetwegen das gehört ja quasi du glässt ja hier rein drückst ja hier drauf du musst ja aktiv rechts drücken ne ah ja stimmt du musst aktiv rechts drücken ja gut dann ist es eh genauso aber damit könnten wir theoretisch mit diesem Befehl also mit diesem System können wir theoretisch im Command-Block-Raum sagen ab wann welche Tür also wir können theoretisch alle Türen außer Kraft setzen dann dann würde keine Tür sich mehr öffnen ok ich stehe vor es ist ein Notfall oder so genau genau irgendwie wenn ein Rebell an Bord ist ne dann wäre man nicht so hoffnungslos wie in Wirklichkeit ja wir könnten ja stimmt wir könnten alle Türen außer Kraft setzen dann von einem Ort aus das ist gut da können wir so eine Security-Zentrale machen und die können das dann machen ja ja ich stehe mal gerade nach wie man das macht so und hier hier könnten dann so so Schusswaffen hängen also das Material lässt sich hier noch streiten was hier hinten dran ist das ist jetzt erstmal nur so und dann geht man hier hin und dann sind hier so Item Frames später vielleicht dann unsichtbare Item Frames und so na jetzt nur so zur Verbildlichung schau mal was hältst du davon wenn man hier so ja Waffenwände macht wo quasi dann so die ganzen Handfeuerwaffen drin hängen ja 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 ne ja genau machen wir natürlich später dann eigene Model-Texturen aber so zum zum zeigen ist glaube ich ganz gut gut dann würde ich sagen war es das aber auch schon für meine Folge und wie es hier weiter geht im Reds und Sterne das seht ihr in zwei Tagen wieder beim Joe macht es gut bis dann tschüssi tschüss tschüssi 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 Bis zum nächsten Mal.